Das kommt unerwartet. Kaum zu glauben, dass ich hier zu Mittag esse mit Spionen. Ich bin mein Geschäftsmann. Ganz genau. Sie sind Zivilist. Der KGB wird Sie nicht überwachen. Ich bin einfach nur hier, um eine Tür zu öffnen. Zu den allerbesten Produzenten des Westens. Alle, denen Sie begegnen, sind vermutlich vom KGB. Und aber jetzt werden Sie nur noch eins verkaufen. Die Geschichte, dass Sie ein gewöhnlicher Geschäftsmann sind und nichts weiter als ein gewöhnlicher Geschäftsmann. Nein. Hallo. Danke. Ja, es war großartig. Ich liebe es mit beiden. Ich meine, ich habe mit Benedikt gearbeitet quite a few times, bevor, in Theater und aufscreen. So wir haben uns auch ein sehr lange, aber ich habe gesehen, Mirab, in ein TV-Show, called Mkmafia. Und ich bin in Moskau, um die Russischen Rörelien zu machen. Und mirabat, sie kam in zu readen für eine andere Part, aber er war so großartig, dass wir ihn haben. Und dann, sie war sehr gut zusammen. Sie waren großartig zusammen. Ja, ja. Nein, 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 es war alles fertig. Wir haben drei Monate break, und sie haben verloren. Sie haben vieles. Ich meine, er hatte sehr striktes Instruktion. Und er hat jemanden mit ihm gearbeitet. Es ist ziemlich gefährlich, zu lose so viel weight. Aber es ist wahr, in der reale Geschichte, der Main-Guy hat huge amounts of weight. Was ist das, was Sie haben, 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 was Sie haben? Ich weiß nicht. Es ist so schwer zu sagen, weil, natürlich, wir haben es in einem sehr unterschiedlichen Zeitpunkt. Der Welt hat sich verändert. Aber in der Ende, es ist eine sehr positive Geschichte, um, über die Macht der Individuen, um große Veränderungen zu machen. Und ich denke, das wird, es ist positiv in der Ende. Es ist eine schwarze Geschichte, aber es hat eine sehr positive Geschichte. Und ich denke, wir brauchen das jetzt wirklich. Wir wollen das wirklich. Also ich hoffe, dass das mit Menschen sprechen, in einem positiven Weise. Ja. Danke. Und wenn ich erwischt werde? Sie würden mich hinrichten, oder? Gravel, wir können ihn nicht rausholen. Im umgekehrten Fall würde Penkovsky Sie auch fallen lassen. Er würde mich niemals dem Tod überlassen. Und ich ihn auch nicht. James, seien Sie professionell. Verdammt nochmal, ich bringe Ihnen die beste Quelle beim sowjetischen Geheimdienst zu einer Zeit, in der Russland und Amerika am Rand eines Atomkriegs stehen. Vielleicht sind wir nur zwei Menschen. Aber nur so ändern sich die Dinge. Ich bin ein, 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 ich